Und ich begrüße heute ganz herzlich Hermann Kökkemann von Handelstag24. Herr Kökkemann, wieder rote Vorzeichen heute beim DAX. Es scheint nicht so richtig rauf zu gehen. Die Stimmung ist doch weiterhin verhalten. Wie lange wird das jetzt noch anhalten? Was denken Sie? Ja, guten Morgen Frau Oldersdorf. In der Tat ist der DAX heute Morgen ordentlich unter Druck geraten. Und dementsprechend gibt es auch natürlich charttechnische Ziele nach unten. Schauen wir mal aufs Chartbild, was erstmal so passiert ist in den letzten Handelstagen. Und mit Blick auf den 3-Monats-Chart sehen wir, dass die im Mai gestartete Abwärtsbewegung zunächst einmal an der 200-Tage-Linie gestoppt wurde und eine Gegenbewegung eingeleitet worden ist. Und diese Gegenbewegung wurde in den vergangenen Handelstagen an der 38er-Retracement-Marke, die bei 8000 Punkten verläuft, ausgebremst. In der Folge nimmt der DAX seine Abwärtsbewegung auch heute wieder auf und bestätigt damit diese 8000-Punkte-Zone als starken Widerstand. Das erste Ziel dieser Abwärtsbewegung wäre jetzt noch einmal das Tief vom 24. Juni bei 7.655 Punkten. Und sollte dieses Tief-auf-Tages-Schlusskurs-Basis nachhaltig unterboten werden, dann würden auch die 200-Tage-Linie nach unten durchbrochen. Und damit droht noch einmal ein weiterer Rücksetzer mit Zielen bei 7.447 bis 7.400 Punkten. Wie geht es ansonsten weiter mit dem DAX? Können Sie so ein bisschen weiter vorausschauen? Ja, also für heute, für den laufenden Handelstag im Moment stabilisiert sich der DAX ja ein wenig. Sollte der DAX noch einmal über die 7.800 heute im Laufe des Handelstages hinauskommen, dann wäre so der nächste Widerstandsbereich erst einmal bei 7.842. Dort könnte man eine Short-Position eingehen mit einem Stopp oberhalb der Marke von 7.011 Punkten. Denn das entspricht im Moment dem kurzfristigen Widerstand, also der Kurslücke von gestern auf heute. Hermann Köckemann von Handelstag24, danke für Ihre Analyse. Sehr gerne. Ja, und wir haben natürlich auch ein Produkt für Sie, was zu dieser Einschätzung passt. Das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar ist das ein Put-Sprinter auf den DAX mit der WKN VT9 AUJ. Der Basispreis liegt bei 8.502 Punkten. Da liegt auch die Knockout-Schwellehebel 10,486, Laufzeit Open End und der Emittent ist von Tobel. Ja, das war es vom DAX-Check heute mit Hermann Köckemann von Handelstag24.